... ... wird man dann mal wieder Simco verkaufen haben. Das machen wir eigentlich alle, oder? Hm. Na, gehen wir einfach wieder zum... ...Vincent Barajan, oder wie der Typ heißt, zurück. Sprechen wir mal mit dem, der wird uns ja dann wohl sagen, ob wir alle... ...tot gemacht haben. So, hier ist auch mein Pferd. Das ist toll. Wo machen jetzt der Schule-Eingang nochmal? Der Geheim-Eingang. Von dem Sack. Hm. Ich hab das Gefühl nicht Lust, dass wir einen vergessen haben. Oh, wo ist der Du-Geheim-Eingang, Mensch? ... Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht... ... Manne, ey. Hier wird mir auch nichts angezeigt. So wird mir zwar... ... ... oder so eine andere Quest, die ich noch irgendwie am Laufen habe. Das kann natürlich auch sein. ... ... ... ... ... ... ich will noch mal was gucken ich möchte noch mal was gucken demnach der geheimeingang nicht irgendwo hier oben ach man jetzt bin ich ein scheiß geheime eingegangen nicht mehr das ist jetzt ein bisschen ärgerlich scheiße ich muss doch den normalen eingang nehmen ach quatsch was mache ich denn das war ja nur die kisten hier hier lang hier lang Oh! Hey! Ich spreche für die Mutter der Nacht. Warum wurde die Zuflucht in Schadinal noch nicht gereinigt? Alle, die dort angestammt sind, müssen sterben. Nur so kann die schwarze Hand zufriedengestellt werden. Ja, mir auch. Hä? Ich denke, ich habe alle. Wo ist jetzt der doofe Geheimeingang? Hm? Wo ist der Geheimeingang? Hier, ne? Okay, da wissen wir ungefähr, wo er ist. Ne, ich denke, ich habe alle. Was hieß denn da noch? Oh Mann, das ist doch dumm. Alter, ich habe doch die ganze Bruderschaft, habe ich doch abgekloppert. Kann doch eigentlich gar keiner mehr fehlen. Ich grüße euch. Ach mich, Gott. Ja, gute Frage. Wer fehlt jetzt? Irgendwas auch sehen oder jemanden? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist der Trainingsraum. Herr Gnad. Ich weiß nicht, wer ich wiederholt. Ich weiß nicht, ihr warst. some Und ich Ewent 출eng Thermiena und die Ich verstehe gerade überhaupt nichts mehr. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe doch alle umgebracht. Da ist doch gar keiner mehr. Wie kann das sein? Ich will wirklich einen übersehen. Oh, ist das dumm. Wie viele Personen sind denn hier aufgezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, zwei. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, vier, fünf. Es fehlt uns wirklich noch einer. Wo ist denn der? Soll der sein? Einer fehlt uns. Einer fehlt uns. Ich will nur nach draußen. Hier ist nur nach draußen. Ah, das ist untergarantiert. Die, die scheiß, die scheiß Diebesgilde, alter. Die mir angezeigt wird. Nein, ich will weitermachen. Kack hier. Oh, halt, der Brun war ja. Bäh. Da ist er. Genau. Ich gehe mal durchs verlassene Haus. Wenn ich nicht glaube, dass hier einer ist. Nee. Da ist keiner. Ich gehe mal durchs verlassene Haus. Nee. Nee. Dunkelen Weltstamm muss ich ja nicht töten, wenn ich nicht will. Aber wo ist jetzt der Letzte? Das geht mir irgendwie grad nicht in den Kopf rein. Wo der Letzte sein soll. Ich hab alle Räume abgegrast. In jedem Raum war's drinnen. Da wird auch sonst nichts mehr angezeigt. Aber es waren halt nur 6 und oft gibt's jetzt in 7 Namen. Oh Gott, Leute. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Die muss ich nicht töten, das weiß ich. Ich hab's jetzt trotzdem getan. Gibt's doch nicht. Ich versteh's nicht. Woran kann das liegen, dass ich den Letzten nicht finde? Ich sporte jetzt einfach mal 10 Stunden. Vielleicht ist der auch irgendwie grad abwesend oder grad nicht zu finden. Keine Ahnung. ... Das war's. ich weiß es nicht ich weiß es nicht wo ich noch anders sein könnte das waren auch nicht mehr und können wir keine scheiße erzählen ich suche mich hier noch dumm und dämlich ich beende an dieser stelle mal die aufnahme weil ich wüsste überhaupt nicht weiter ich wüsste gar nichts ich weiß nicht wo dieser letzte typ sein soll den ich noch umlegen soll keine ahnung ganz ehrlich und deshalb endlich mal die aufnahme dieser stelle und guck beim nächsten mal weiter weil ich keine ahnung wenn von euch eine idee hat bitte unter das video posten weil ich mich die quest der dunklen bruderschaft jetzt nicht irgendwie abbrechen nur weil ich den letzten typi gar nicht finde okay leute dann bis zum nächsten mal ciao